Das sind da zwei erinnernden Stückchen meine Mama. Ja, den Punkt haben wir schon bedeuten. Sehen Sie, ich hab von ihr. Verspreche die Mama. Wir machen weiter. Schau, die Sonnenblumen dort. Mann, ist das schön. Und, wie heißen Sie auf Italienisch? Einen so treffenden Namen. Girasole. Sie drehen sich ja nach der Sonne, nicht? Schau. Schau. Schau.